Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute starten wir mit den Structural Patterns. Das sind die Patterns, die euch Struktur in euren Code reinbringen, bzw. vor allem in eure Module und für die Kommunikation zuständig sind. So, wer nicht genau weiß, was die Kategorien sind und wie diese Dinge überhaupt zustande kommen, der kann sich gerne mal bei mir die ersten paar Videos angucken zu den Patterns, da habe ich das alles genau erklärt. So, das Adapter Pattern ist also das erste Structural Pattern, das wir uns angucken wollen. Und das ist dazu da, um zwei eigentlich miteinander inkompatible Klassen komplett kompatibel zu machen, indem man einfach die beiden durch einen Adapter verknüpft. Aber der Trick dabei ist, dass der Client und der Adaptierte, die sind eigentlich nicht kompatibel miteinander, aber die müssen wir nicht mal anfassen. Und das ist die coole Sache da dran, weil wir die nicht verändern müssen. Wir können die einfach so benutzen, wie sie sind. Ja, und der Trick besteht darin, naja, normalerweise greift ein Client ja nicht direkt auf eine Methode zu, von irgendwas anderem, sondern auf die Methode eines Interfaces. Und was hier dann konkret verwendet wird, also welche Implementierung des Interfaces verwendet wird, das weiß der Client hier gar nicht. Und wenn der Client also dieses Target-Interface hier verwendet, dann ruft er ganz einfach irgendwann mal die Methode foo auf. Aber wo genau diese Methode foo jetzt definiert ist, das ist ihm völlig egal. Und das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, damit dieses Adapter-Pattern überhaupt funktionieren kann, sollte also immer schön in Interfaces ausgelagert sein. So, der Adapter erbt jetzt von unserem Target-Interface und muss natürlich die Methode foo implementieren. Das ist ganz klar, sonst funktioniert da gar nichts. Weil sonst kann der Client nicht auf den Adapter zugreifen. Und der Client möchte im Endeffekt eigentlich ganz gerne den Adaptierten hier, im Adaptierten die Methode BUDS aufrufen. So, und deswegen hält sich der Adapter jetzt eine Instanz des Adaptierten hier, nennt sie einfach Adaptee, das ist Englisch für Adaptierter im Endeffekt. Das heißt, wir haben jetzt hier im Adapter eine Instanz vom Adaptierten und der wiederum kennt ihn natürlich dann. Also der Adapter kennt den Adaptierten und der braucht auch nicht irgendwelche Interfaces, sondern der schreibt sich dann einfach in der Methode foo, die der Client ja dann aufruft, Adaptee.Buds rein. Und dadurch wird natürlich dann hier vom Adaptierten die Methode BUDS aufgerufen. Und somit haben wir eine kompatible Lösung für Client nach Adaptierter gefunden, obwohl die eigentlich nicht miteinander können. Und das ist ziemlich cool, weil so kann man natürlich auch ohne Probleme irgendwelche Module oder sowas miteinander kommunizieren lassen, die eigentlich gar nicht kommunizieren können. Und ja, so kann man einiges leichter machen hier, indem man einfach diesen Umweg über einen Adapter geht. Das heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, der Adapter implementiert das Interface, das der Client aufruft. Und dieses Interface liefert uns die Methode foo. Und hier wird einfach jetzt diese Methode vom Adaptierten aufgerufen, nämlich Adaptee.Buds. Das steht hier ganz kurz als Code drin. So, und das ist es auch schon von meiner Seite wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr habt dazu Verwendung. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.